Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier wieder bei GoodPlay, GoodGames, GoodGaming. Ich heiße euch recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Metro 2033. Diesmal geht es um den Erfolg Einbrecher oder auch auf Englisch der Raider. Das ich hier finde, ist ganz, ganz einfach eigentlich. Wir fahren zum Anfang mit dem Twally durch die U-Bahn. Und kurz nachdem ein Checkpoint kommt, was wirklich sehr, sehr nett ist, da kommt also ein Checkpoint. Kurz danach habt ihr einen einzelnen Gegner mitten auf den Schienen stehen. Den einfach erledigen, noch bevor er Alarm geben kann. Also ihr braucht ihn auch nicht unbedingt mit der Silent-Waffe zu töten. Ihr könnt auch einfach die AK nehmen, reinhauen in den Typen, bevor er seine Freunde alarmiert. Sollte es schief gegangen sein, weil das Achievement poppt direkt nach dem Kill auf, bekommt ihr kein Achievement, Checkpoint neu laden, nochmal machen. Und das Achievement ist euer. So, da haben wir den Gegner auch schon fast weg. Erstmal vorbeigeschossen, wunderbar. Das macht sich gut im Video. Das war's. Und da ist das Achievement 30 Gamerscore für Einbrecher. Ich danke euch für eure Kommentare, für Likes, für Abos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst hier auf diesem Kanal, euer Goodsbay. So long und goodbye, keep gaming. Bis zum nächsten Mal.